Meine lieben Filmfreunde, es ist Donnerstag, der 4. April und so wie jeden Montag und Donnerstag gibt's jetzt hier die Film-News bei Filmflash. Und ja, heute gibt's wieder echte Film-News, auch wenn einige Themen nicht wirklich danach klingen. Denn wir müssen heute über Paramount, Matrix, Fantastic Four, aber auch über Jake Gyllenhaal sprechen. Also, holt euch ein Getränk, macht euch ein Getränk und los geht's. Und damit herzlich willkommen zu den Nachrichten. Das Berliner Unternehmen Holy bietet zwei neue Flavor an. Hydration Lemon und Icedy Lemon Honey and Black Tea. Mehr Informationen zu diesen Flavorn bekommen Sie unten in der Videobeschreibung oder im ersten angehefteten Kommentar über den Link. Und über diesen Link bekommt ihr auch Infos zur doppelten Ladung und zwar von Holy Energy Grapefruit Giraffe. Ja, statt 50 Portionen gibt's direkt 100 Portionen und das nur für kurze Zeit. Und wenn ihr jetzt nur Bardo versteht, ihr kennt Holy nicht? Holy bietet euch Energydrinks, Hydrationdrinks und Icedy, aber ohne den ganzen Bullshit. Sprich, ohne Zucker, ohne Taurin und irgendwelche andere fragwürdige Inhaltsstoffe. Einfach Flavor der Wahl, 500 Milliliter Wasser dazu, vielleicht Eiswürfel, wenn man Bock hat. Schön schütteln mit dem Holy Shaker und schon kann man's genießen. Zum Beispiel so. Ist das jetzt schon ASMR? Ja, ein bisschen vielleicht. Wenn ihr aber jetzt Holy noch nicht kennt und denkt, boah, ich hol mir doch jetzt hier nicht direkt so eine große Ladung. Es gibt auch das Deluxe Starter Set. Das sieht so aus. Da bekommt man nämlich eine Auswahl an Hydration, an Energy und an Icedy Flavorn. Und das Ganze noch mit diesem Shaker. Um das einfach mal auszuprobieren. Und ja, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also testet doch einfach mal Holy. Und das am besten, wenn ihr zum ersten Mal bucht, direkt mit meinem Code FILMFLASH5. Dann gibt's nämlich 5 Euro Rabatt. Und grundsätzlich könnt ihr Filmflash eingeben und dann gibt's 10%. Ja, klingt doch geil, oder? Also, sichert euch einfach mal euer Starter Set von Holy bei Holy über meinen Link. Und jetzt viel Spaß mit den Film-News. Okay, Holy wieder weggepackt. Kommen wir zum Business. Da hat Forbes was für uns ausgepackt. Und zwar die News, dass Indiana Jones, der letzte Teil, der Teil, der entstanden ist, bei Harrison Ford gesagt hat, ich mach Star Wars nur mit, wenn ich noch Indie machen darf. Der Teil soll ein richtiges Verlustgeschäft für Disney gewesen sein. Laut Forbes hat der Film ein Minus von 134 Millionen in die Kassen gerissen. Der Film selbst hat 384 Millionen eingespielt, soll aber 330 knapp gekostet haben. Wo es dann doch verwundert, dass man doch nur so wenig Verlust gemacht hat. Was aber eventuell daran liegt, dass man durch Placements und Werbepartner grundsätzlich auch noch mal Kohle reingeholt hat. Aber ja, damit ist Indiana Jones 5 ein Flop, ein finanzieller Flop für Disney. Nee, die größten finanziellen Flops, was Kinofilme angeht, hat Disney aber nach wie vor in Lone Ranger und John Carter. Beide Filme haben ein Minus von über 200 Millionen gemacht. Und apropos Geld. Wir reden auch heute mal wieder über Paramount Global. Die stehen ja zum Verkauf. Und ja, ich hole euch hier wieder kurz ab. Cheryl Redstone, Iris-Zeichens-Besitzerin von National Amusement, die wiederum 77 Prozent an Paramount Global halten, will raus. Sie möchte ihr komplettes Unternehmen am Stück verkaufen. Und dazu gab es zuletzt das Angebot von Apollo Global für 11 Milliarden, zumindest Paramount Pictures und Paramount Pictures Television zu übernehmen. Aber Cheryl Redstone hat Nein gesagt, denn sie möchte Paramount Global, wenn dann, am Stück verkaufen. Und so hat Apollo Global zuletzt noch mal 27 Milliarden geboten. Doch vergangene Woche hieß es dann auch da, nö, wollen wir nicht haben. Und damit bleibt nur noch ein Kandidat, nämlich Skydance. Ja, Skydance Media soll wohl nun auch einen Vorvertrag mit Cheryl Redstone unterschrieben haben, der besagt, man hat jetzt 30 Tage Zeit, um sich genauer anzuschauen, was man da eigentlich kauft, um sich näher zu kommen, um dann letztendlich eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, innerhalb der nächsten 30 Tage werden wir wissen, ob Paramount Global an Skydance Media verkauft wird. Apropos kaufen, Jake Gyllenhaal wurde gekauft, also zumindest so ein bisschen. Denn Jake Gyllenhaals Produktionsbanner Nine Stories hat einen dreijährigen First Look Deal bei Amazon MGM Studios unterschrieben. Und jener Deal besagt, dass Amazon MGM Studios sich nun erst einmal alle Projekte, die Nine Stories so in der Kiste hat, anschaut, um zu sagen, das wollen wir umgesetzt haben. Und wenn die künftig neue Projekte haben, dann schaut die auch erst mal Amazon MGM Studios an. Und wenn die dann Nein sagen, dann kann das weitergereicht werden, ansonsten wird es durch Amazon umgesetzt. Ob da Jake Gyllenhaal dann jedes Mal dabei ist, kann ich euch an dieser Stelle nicht sagen, aber man wird wahrscheinlich alles dafür tun. Schließlich hat Amazon zum ersten Mal bekannt gegeben, wie oft eigentlich ein Amazon Original Film bei Prime Video gestreamt wurde. Und das zu Roadhouse. Roadhouse, das Remake, sollen nämlich seit dem Start am 21. März mittlerweile über 50 Millionen Aufrufe gehabt haben. Ja, allerdings weiß man nicht, was als Aufruf zählt. Wir wissen also nicht, ob man 30 Sekunden geguckt haben muss oder wenigstens den halben Film. Aber ja, 50 Millionen und das soll wohl der erfolgreichste Film bisher im Streaming von Prime Video sein. Und da ist es natürlich selbstverständlich, dass sich Amazon MGM Studios, Jake Gyllenhaal noch mal ein bisschen besser oder besser gesagt eher exklusiver krallt. Was da so demnächst dann umgesetzt wird, kann ich euch nicht sagen, aber ich denke, dass mein April-Scherz Roadhouse 2 gar nicht mal mehr so unwahrscheinlich ist. Und damit machen wir weiter in Cast & Crew, denn es gibt Neues zu Supergirl Woman of Tomorrow. Während James Gunn aktuell das Kinodebüt seines DC-Universes inszeniert, nämlich Superman, arbeitet man anscheinend auf Hochtouren am nächsten DC-Projekt, nämlich Supergirl Woman of Tomorrow. Ein Film, der zwar immer noch keinen Starttermin hat, aber man munkelt, dass die Dreharbeiten noch in diesem Jahr starten könnten. Und anscheinend macht man dafür nun die letzten Schritte. Denn nachdem Millie Alcock als Supergirl gecastet wurde und Anna Nugaria das Drehbuch abgeliefert hat, fehlt natürlich noch ein Regisseur. Und mit Greg Gillespie soll nun anscheinend ein Regisseur in Verhandlungen mit DC Studios bzw. Peter Safran stehen. Ein Regisseur, der mit Aitonia und Cruella 1 bereits gezeigt hat, dass er Frauen in der Hauptrolle gut inszeniert bekommt und auch Cruella 2 noch inszenieren wird. Sollte nichts mehr in die Queere kommen, könnte man also in den nächsten Wochen bereits damit beginnen, den Dreh zu planen, den restlichen Cast zu finden und dann vielleicht sogar Ende des Jahres schon mit Supergirl Woman of Tomorrow in den Dreh gehen. Im Schwesterunternehmen Warner Brothers Pictures wurden bereits Verträge unterschrieben und zwar einmal mit Jack O'Connell und mit Delroy Lindo. Beide sollen nämlich in dem noch unbetitelten Genre-Horror-Streifen von Ryan Coogler mitspielen, in dem Michael B. Jordan die Hauptrolle übernimmt. Und man bisher immer sagte, es würde sich bei dem Projekt um einen Vampirfilm handeln. Wen Delroy Lindo hier spielt, ist nicht klar, aber Jack O'Connell soll wohl den Schurken spielen. Aber das ist noch nicht offiziell bestätigt. Und auch aus dem Hause Marvel Studios gibt es Casting-News, denn mit Julia Garner wurde die nächste Personalie für Fantastic Four festgelegt. Der Film, der diesen Herbst endlich gedreht werden soll. Julia Garner wird keine Unbekannte spielen. Sie wird nämlich im kommenden Fantastic Four-Film zum Silversurfer. Ja, jetzt werden die einen oder anderen direkt wieder schreien, jetzt wird schon wieder eine Männerrolle zu einer Frau. Nicht so ganz, denn sie spielt Charla Ball aus den Comics. Die Geliebte vom Silversurfer, die später zur Kaiserin von Sen La wird. Die, die es eben ebenfalls mit Galactus zu tun bekommen hat. Die wird von Julia Garner verkörpert. Und diese Version wird im MCU erst einmal zumindest zum Silversurfer. Denn es heißt ja aktuell, der Film Fantastic Four würde in den 60er Jahren in einem Paralleluniversum spielen. Ergo, man könnte für MCU 616 später immer noch einen typischen männlichen Silversurfer bringen. Übrigens soll auch eine neue Version von Galactus im Filmthema werden. So, dass der Silversurfer nicht der Hauptantagonist ist, sondern wohl Galactus. Man will hier nämlich nicht wieder eins zu eins den zweiten Fantastic Four-Film kopieren. Also den damals noch mit Jessica Alba. Sondern man möchte hier wieder was Neues erzählen. Ob sie es schaffen, wird sich zeigen. Aber ja, ich denke, wir werden in den nächsten Wochen so einige Casting-News erfahren. Und vielleicht dann auch, ob wir Badem oder Antonio Banderas zu Galactus geworden sind. Also einer von den beiden. Die beiden sind nämlich immer noch im Rennen um diese Rolle. Und damit kommen wir zur Rubrik Neustarts. Und sprechen über Joker 2. Dessen Titel ich nie so richtig aussprechen mag. Deswegen sage ich immer Joker 2. Der Film startet im Oktober und hat in den USA nun ein R-Rated erhalten. Ein R-Rated wegen einiger starker Gewalt, durchgehende Sprache, etwas Sexualität und kurze vollständige Nacktheit. Deshalb hat man ein R-Rated in Amerika verteilt. Was das für Deutschland bedeutet, wird sich noch zeigen müssen. Und apropos USA. In den USA gab es einige Meldungen von Startterminen. So wurde hier für den 22. November in ausgewählten Kinos in den USA angekündigt. Hier ist ein neues Projekt, welches die Forrest Gump-Veteranen Robert Zemeckis, Eric Roth, Tom Hanks und Robin White wieder zusammenbringen. Und zwar in einem Film, wo es wohl um mehrere Familien geht. Und deren verschiedener Generationen, die irgendwie da zusammenkommen. Was auch immer das bedeuten mag. Wo der Film hier in Deutschland startet, ist noch nicht klar. Ob er überhaupt einen Kino-Release bekommt, ebenfalls nicht. Einen neuen Kinostart hat Wolfman erhalten. Ja, die neue Auflage des Horrorstreifens sollte eigentlich noch in diesem Jahr in den amerikanischen Kinos starten. Nun hat Universal allerdings bekannt gegeben, dass der Film auf den 17. Januar 2025 in den USA verschoben wurde. Heißt, auch hier in Deutschland wird er sicherlich nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. In dem Film geht es um einen Mann, dessen Familie von einem Werwolf verfolgt wird. Wer wohl der Werwolf ist? Na ja, der Film The Woman in the Yard, der eigentlich am 10. Januar 2025 in den Kinos starten sollte, also in den USA, der wurde nun ersatzlos gestrichen. Man möchte zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben, wann denn jener Film irgendwann im Kino läuft. Aber ja, Wolfman nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst nächstes Jahr. Auch Warner Brothers hat einen US-amerikanischen Kinostarttermin bekannt gegeben und zwar für Flower Whale Street. Ein neuer Film mit Ewan McGregor und Anne Hathaway in den Hauptrollen. Der Film soll nun am 16. Mai 2025 in den Kinos starten und das durch Warner Brothers Pictures, die den Film gemeinsam mit Bad Robert, der Produktionsfirma von J.J. Abrams, umgesetzt haben. Worum es genau in diesem Film geht, das weiß man allerdings nicht so wirklich. Und damit lasst uns über neue Filme sprechen. Während Walt Disney das erste Bild vom kleinen Mufasa zu Mufasa The Lion King, dem Film, der im Dezember erscheinen wird, online gestellt hat, gab es aus dem Hause Searchlight, was ja auch zu Disney gehört, die Vermeldung, dass man The Roses neu verfilmt. Der Film von Danny DeVito 1, der bekommt eine Neuauflage, diesmal aber nicht mit Michael Douglas, sondern mit Banner Cumberbatch und Olivia Colman. Die beiden spielen The Roses, also ein Ehepaar, wo sie aber dann bemerkt, irgendwie mag ich meinen Mann gar nicht mehr. Und ich verabscheue ihn sogar so richtig, wodurch es zu einem Scheidungsprozess kommt, der ziemlich ausartet. Ein Drama mit diesen beiden britischen Stars? Ich bin gespannt. Wann der Film genau erscheinen soll, ist noch nicht klar. Mit Oh What Fun hat auch Amazon MGM Studios ein neues Filmprojekt am Köcheln. Und zwar eine neue Weihnachtskomödie mit Michelle Pfeiffer, Glowie Grace Moraes und Dominic Sasser. Der Film handelt wohl von einer Mutter, gespielt von Michelle Pfeiffer, die eine Urlaubsreise für ihre Familie zu Weihnachten plant. Doch dann wird ausgerechnet die Mutter anscheinend vergessen und das Chaos bricht aus. Oh What Fun soll jetzt demnächst produziert werden. Ob der noch dieses Jahr kommt oder erst nächstes Jahr, das ist noch nicht klar. Auch Netflix scheint an einer neuen Weihnachtskomödie zu arbeiten. Das hat zumindest Deadline in Erfahrung gebracht, auch wenn Netflix dies noch nicht bestätigen wollte. Aber ja, Netflix soll mit Mrs. Claus, nämlich an einem Weihnachtsfilm mit Jennifer Garner arbeiten. Jennifer Garner soll nach Adam Roderick oder auch Yes Day, also zu Netflix zurückkehren. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dann die titelgebende Figur spielen. Mrs. Claus. Ob das dann ein Film wird, das Center nicht mehr existiert und eine Frau dann plötzlich Center ist, das kann ich euch an dieser Stelle nicht sagen. Aber laut Deadline steckt hinter diesem Film nicht nur Jennifer Garner als Produzentin selbst, sondern auch noch Hello Sunshine. Das ist die Produktionsfirma von Reese Witherspoon. Ja, also eine Frau, die definitiv weiß, was sie zu tun hat, um starke Frauen in den Mittelpunkt zu stellen. Jennifer Garner ist ja wieder dick im Geschäft, muss man sagen, vor allem wenn es um Streaming-Abenteuer geht. Und ganz ehrlich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die so ein Adam Sandler-Move am Ende macht. Einfach nur noch Filme fürs Streaming raushauen. Das bringt genug Kohle und feuert ja trotzdem die Karriere immer mal wieder an, weil Millionen Menschen die jeweiligen Filme sehen. Habt ihr die letzten Jennifer Garner-Filme gesehen? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. In die Kommentare könnt ihr auch gerne eure Gedanken zum nächsten Thema donnern, denn Warner Brothers Pictures hat einen neuen Matrix-Film angekündigt. Den würde ich persönlich jetzt aber nicht als Matrix 5 bezeichnen, denn der kommende Matrix-Film, der soll wohl eine einzigartige Perspektive auf die Matrix-Welt liefern und zum allerersten Mal nicht von den Wachowskis stammt. Schon beim letzten Teil der finanziellen Flop war und im Grunde Neo-Story nur nochmal aufwärmte, hat nur noch eine der Wachowskis übernommen. Und nun werden beide nicht nochmal zurückkehren. Jedenfalls nicht als Regisseurinnen. Lana Wachowsky wird zwar produzieren, aber True Goddard wird inszenieren. Der ist wohl mit einer Idee zu Warner Brothers Pictures gegangen und die hat Warner wohl so sehr überzeugt, so dass er nun das Drehbuch schreibt und den nächsten Matrix-Film inszenieren wird. Wer darin mitspielt, worum es geht, ob vielleicht wirklich Keanu Reeves auch nochmal auftritt, das wissen wir alles nicht. Für mich klingt das aber in der News so, als würde er uns eine eigenständige Story erzählen wollen, jenseits von den von uns bekannten Personen. Oh, das klingt doch eigentlich nach einer netten Idee. Schließlich ist Matrix mehr als Neo, oder? Da kann man doch definitiv noch mehr rausholen. Habt ihr Bock auf einen guten weiteren Matrix-Film mal von jemand anderem? True Goddard ist ein Mann, der hat unter anderem schon für die Daredevil-Serie oder auch für Buffy geschrieben. Der hat Cabin in the Woods inszeniert. Der Mann hat jede Menge produziert und hat wirklich jede Menge Erfahrung. Ob er denn Matrix hinbekommt, das wird sich dann natürlich zeigen müssen. Aber Michael DeLuca und Pamela Abdi, die beiden CEOs von Warner Bros. Pictures, die setzen ja gerade wieder auf kreativere Ideen und darauf, dass große Marken wieder ins Kino zurückkehren. Und Matrix gehört da für Warner definitiv zu. Wann das Ganze umgesetzt wird, ist noch nicht klar. Ich gehe davon aus, dass wir nicht vor 2026 damit rechnen können. Das war's mit den Film-News von heute. Eure Gedanken, wie gesagt, unten rein. Checkt mal Holy aus. Bis dahin. Cheerio.